...Rheinland-Pfälzer getan haben muss. Würde dir da auch was anfangen? Also als Zirkus-Mam würde ich jetzt sagen, man müsste es mal probieren, auf einer Rola-Rola zu stehen und zu balancieren. Auf einer Rola-Rola, was ist das? Ja, da habe ich jemanden dabei, Antoschka, Königin der Clowns, die bei uns ja Dauergast ist. Die könnte dir das mal zeigen. Mir? Okay, bitte. Dann, wo ist Antoschka? Ah! Hallo, Antoschka! Hallo! Wie geht das mit der Rola? Fantastisch, Martin! Martin, hast du Balance in deinem Leben gefunden? Ja, ich bin vom Sternzeichen Waage. Okay, Achtung! Eine lebensgefährliche Nummer! Balance Acht! Artist! Martin, komm hier, steh da raus! Das macht man so! So, zack, zack! Ist klar! Jetzt! Nein, kannst du... Bist du geholt? Super! Okay, pass auf, Antoschka! Kannst du das nicht machen? Machst du bitte Rolla Rolla für mich und für unsere Gäste hier? Wollt ihr's? Ja! Ja! Nee! Das ist zu gefährlich! Besser, ich spiele Geige! Ich mach das Geige spiel! Kannst du mir eine Geige spiel? Ah! Ja! Ich bringe dir gerne eine Geige! Danke! Kannst du sie bitte hier hinstellen, Hercut? Hercut? Ja, wunderbar! Da steht sie perfekt! So! Dann, ähm... Viel Spaß! Antoschka und die Geige! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Wow! Antoschka, warte! Komm mal! Danke schön! Okay! Aber gerne! Er geht, er geht weiter! Was? Noch mehr? Wow! Ich bin jetzt nicht so! Ja, ich bin jetzt so! Oh, das ist 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 so! Unfallschutz! Dankeschön! Für die Kraft! Die Redner! Ich komme! Was soll ich tun? Ich halte die Standort! Jawohl! Ich halte die Standort! Applaus Ich halte die Standort! Ich halte das! Antoska! Die grandiose Antoska! Vielen Dank! Es war ein großes Vergnügen! Dankeschön! Ich halte die Standort! Ich halte die Standort! Ich halte die Standort! Ich halte die Standort!